Willkommen zum heutigen Video, wo es darum geht, wie du kontinuierlich besser werden kannst im Golf. Golfspielen ist gleich wie in der Fliegerei. Ein Flugzeug oder ein Golfspieler hat sein eigenes lokales System, um sich in Raum und Zeit abtasten, durchfliegen zu können. Jetzt, je besser, dass das eigene System zu Beginn geeicht wurde, betankt und die Strecke klar ist, wie schnell ich von A nach B fliege, umso erfolgreicher wird der Flug, respektiv das Abgeben und das Erreichen des Ziels mit dem Golfball sein. Nun kommt aber die Frage, oft habe ich es richtig gemacht, hat es gut ausgesehen? Da kommt also die Frage von einem lokalen System, wo und wie habe ich mich in Raum und Zeit bewegt? Und in der Fliegerei ist es so, dass die Fliegerei ein globales System dazu benutzt, um zu wissen, wo es sich befindet, wenn es um den Globus fliegt. Im Golfspiel ist es der Golflehrer, der dich betrachtet, wenn du einen Schwung machst. Oder es sind Systeme, die Sachen aufzeichnen, zum Beispiel ein Trackman, der dir sagt, wie der Impact gewesen ist und was der Ball gemacht hat. Und aufgrund dessen Feedback kannst du Rückschlüsse ziehen und weisst, was du getan hast, um dich besser in Raum und Zeit bewegen und orientieren zu können. Jetzt wer regelmässig dieses globale System benutzt, der wird sowohl in der Fliegerei wie auch im Golfspiel weniger Fehler machen, besser und optimierter seine Strecken fliegen können oder spielen können. Und von daher der heutige Tipp ist, regelmässig zum Progehen mindestens einmal im Monat. Und wenn du das über ein Jahr lang machst, hast du zwölf Stunden, 50 Minuten zum Beispiel genommen. Dein Spiel wird sowohl nie auseinander fliegen oder fallen, weil du ja kontinuierlich gutes Feedback bekommst von einem globalen System, das dich sieht in Raum und Zeit, wie du dich bewegst. Ich hoffe mit diesem Tipp, dass du verstehst, was ein Golfer durchmacht, wenn er sich bewegen will und vielleicht nicht immer sicher ist, ob er sich richtig bewegt. Und nur außenstehende Situationen können es wirklich gut beobachten, gutes Feedback geben, so dass deine Golfschwünge am Ende die richtige Art und Form bekommt, so dass du konstanter spielen kannst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir weiterhin viel Erfolg, finde einen super Pro, der dir hilft, dein Spiel zu verbessern. Bis zum nächsten Video, danke für das Abonnement und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss! Bis zum nächsten Video. Tschüss!